Hey und willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es, erst mal. Heute starten wir ein neues Let's Play-Projekt, kleines Projektchen, und zwar Wasti Lake Hotel. Das habe ich von Alexandra bekommen, danke erstmal davon. YouTube ist in der Beschreibung verlinkt, also schaut gerne wieder vorbei. Dann ab ins G-Kolle, bis gleich, ciao, ciao. Wasti Lake, 1893. Guten Abend, lass mich mich vorstellen. Mein Name ist Mr. Au. I am the owner of the Rusty Lake Hotel. Oh, look, the guests are arriving. They all have their own reasons to be here. And I, I have my own reasons to let them stay. We will be having five dinners. Make sure everyone is worth dying for. I'm sure it's gonna be a wonderful week. Let's make some memories. Oh, okay. Zum Sterben gut. Oh, ja. Bei Ziemann ist der Zugang zu dem Ziemann nicht gestartet. Ich habe Hunger. Okay, der hat Hunger. Sehr süß. So, hinter. Hm, ja. Come, ach ja. So, Mario. Erst essen zu lassen. Die Lobby. Cocktail. Cocktail. Ich gebe dir dann Cocktail. Oh, ist hier ein Cocktail. So, ich gebe dir dann noch einen. So, ich gebe dir dann noch einen. So, ich gebe dir dann noch einen. Fleisch. Ich dachte, das ist mir geschehen. So. Ah, gut. Das ist nicht eigentlich alles. Ich fresse also. Gefahr, Zuchte, Vegetarier oder so. Aber ich fresse eigentlich alles, oder? Weil. Also, das ist ein paar Individuen. Das ist doch fucking lustig. Okay. Oh, was ist das hier? Sprech über den Küsten. Es wird noch... Die glaube ich schon mit 8. Morgen. Ah, Pilze, Hirschfleisch, oh ja, ich hab hier nicht mehr, ah ja, ich hab mir jetzt auch einen Kochgezept dazu, oder wie? Ich hab hier gleich angefangen, hallo ich hab hier, an Himmeln venture, also das Gold F hago, ich hab hier nicht mehr, die đây wo sagt, so auch von Think. sagt und ist bis morgen ab 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 dann mögliches wasser hier ist die frage anbieter versteckt Warte mal, da brauchen wir ja diesen Code da, so. 4. 4. 4, 1, und irgendwas rein was ist die frage das ist hier wirklich entscheidende frage es ist die Das Blut drauf, ist halt die Frage. Mal plus. Warte mal was ist, ich verstehe, ich habe noch was gesagt. Das ist richtig, ja. Da ist wirklich so, wenn man es so macht. 4 plus, ja, ich sehe es. Ja. Ich hab doch ein Stift hier gefunden. Sooo, beginnt das hier einmal. Das ist das Zeichental. Wie heißt das so? Das ist 4 gleich das. So. So. Und 4. Das ist 4. Oh. Oh. Warte mal. Ich hab gelernt heute. Das soll passen. Wann wir aber das nochmal draufstellen. War ja. Na wo war das nochmal. Bei dem war das. Zirka gleich. Also würde ich sagen. Ähm. Das ist 5. Das reicht. Also 5. Hoffe ich mal. Ähm. Der blöde nicht. Also. So. Oh. So. Oh, ich habe noch geichnet. Oh, ich habe noch geichnet. Oh, ich habe noch geichnet. Oh. So. Das ist... 5. Das habe ich mit X4 und... Ja. Hilfe. Hilfe. So. Okay. Aber sollte ich heute richtig machen, warum man es macht? Ich habe bei mirIV gelieft. Ich habe mir noch geichnet. Ich habe mir immer geichnet. Aber du hast geichnet nicht. Aber du hast geichnet doch hier. Bei mir mache ich das. Oder du? Du hast geichnet. Ich habe mich jetzt null ausgenommen und bin noch die ganze Zeit nicht weitergekommen, deswegen habt ihr euch jetzt gerade gesehen. Also ich habe jetzt kurz nachschauen, weil ich auch komplett nicht weitergekommen bin, damit ich das auch klar stelle, dass ich gleichsam zu brennen bleibe. Also damit ihr Bescheid weiß. Damit die Folge jetzt nicht dauert, wo lang geht, wollte ich es ja einfach so machen, weil es sonst einfach nicht so sinnvoll wäre. Ansonsten, 20 Stunden gefühlt geht nur, dass ich das verstehe. Oh. Oh. Nicht so geil. Für die anderen, hallo? Für die anderen lebt er noch. Hilfe. Ihr habt nicht, bitte nicht, wir brauchen dich noch. Oh. Und dann brauche ich mir vor. Wot, gern Blut. Was, was, und? Was ist der Kango? Hör. 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 hier hier woher brauchen wir was soll ich weiß aber nicht woher das ist eine Lösung ja und ein Hotel ... Musik ... 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 Wir brauchen genau 10. Na, dann haben wir damals 5 Strich, genau. Damals sind es 2, 3, 4, 5, 6, wie ist es nicht gerade irgendwie Reset-Signal? Ja. Ja. Schließend zwar Film jetzt noch. Oh, oh. Eik. Eik, das ist nicht so. hier muss ich an die leute machen ich verstehe es nicht aber ja ich würde sagen wir wenden die folge weil es halt nicht möglich weiter kommen raus sagen wir sehen uns dann beim nächsten mal vielleicht bei dem langes spiel sagen wir es dann